Pssssssssss. Burger Pommes Snuggles Go! Und damit, Hallo und damit, herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal bei Burger King, ich und Khan. Und, ähm, ich hatte heute tatsächlich nicht so viel Geld bei. Und hab mir einfach nur einen Hamburger geholt. Ähm, der hat früher 99 Cent gekostet. Jetzt kostet er tatsächlich 1,29 Euro, glaub ich. Und Kahn hat sich heute mal zum ersten Mal was gegönnt, als wir draußen waren. Ne, aber Kahn hat sich was gegönnt und zwar, erzähl doch mal was du dir gegönnt hast. Pommes. Pommes und? Mayo? Ein Getränk. Was ist das für ein Getränk? Fanta. Fanta. Und hier? Welcher Burger ist das? Der Crispy Chicken, oder? Chicken Burger. Chicken Burger, genau. Da hat er mir noch netterweise Ehrenmann in die Kommentare Pommes dazu gegeben. Das Ganze zähle ich mal als unbezahlte Werbung. Weil wir kriegen dann natürlich keine Bezahlung für. Und das ist das hier. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich glaube das ist so ein... Ah, ja. Wie hier aussieht. Karin, halte mal ganz kurz die Kamera bitte. Ja, so dass man mich auch sieht. So, hier ist der Burger. Ein Filmstudent. Hier ist der Burger. Danke schön. Leute, filmt Karin gut. Nee, oder? Ja, meine Hände sind fertig vom Pommes. Ah, okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch nochmal einen guten Appetit. Dir auch. Und ähm... Ich glaube ich kann jetzt einfach mal... Ich habe keinen Hunger mehr. Keinen Hunger mehr? Wegen dem... Echt nicht? Wie Karin? Nee, ich bin voll. Karin ist jetzt voll und bestellt sich ein Menü oder wie? Ja. Okay. Ähm... Ich esse voll viel. Wie schwer ist jetzt? Er sagt immer, ich esse voll wenig. Das stimmt gar nicht. Ist egal. Hm, die sind ja steinhart die Pommes. Was? Die Pommes sind ja steinhart. Ja. Nein, nein, nein. Die gehen klar eigentlich. Mh... 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 Hä? Alter, probier die mal. Nimm sie selbst. Nee, nehm die. Okay, also manche Pommes sind leider hart. Ne? Aber... Mh... Die sind gut. Die sind wirklich... Ich fokussiere. 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 Ja, fokussiere ich. Mh... An sich gehen die Pommes klar. Oh ja. So. Dann probier ich mal den Hamburger. Ist halt so wie... Äh, schon mal gegessen. Also hab ich bei ähm... Bei McDonalds. Ich hab ja mal so'n Vergleich. Burger King vs. McDonalds gemacht. Könnt ihr euch das Video nochmal? So, hier. Wir haben jetzt einen Hamburger. Mh... Mh... Also ist den echt lecker. Ich fang keine Pause machen. Mh... Mh... Die Gurke. Mh... 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 Kann man machen. Jetzt würd ich gern mal was kreieren. Wie wär's... Wenn man... Pass auf... Wenn man auf den Burger... Pommes... Pommes... Das macht Cannes auch? Echt? Das wusste ich gar nicht. So, jetzt tue ich hier so'n paar Pommes rauf. Hier Leute. Und jetzt mal gucken, wie's jetzt schmeckt. Mh... Natürlich gleich noch ein paar mehr rauf. Du musst mal ähm... Du musst mal probieren. Pommes mit Milch. Echt? Das ist der geilste. Viele essen ja auch Pommes mit Eis, aber... Ja, sowas ess ich auch blocken. Mh... Mh... Pommes sind okay. Wie findest du? Naja, ich hab schon gefeiert. Kahn hat schon bessere gegessen. Du auch? Mh... Oder sag doch ganz kurz mal deine Meinung zu dem Burger. Geht ganz gerne mal kurz deine Meinung zu dem Burger ab. Wie findest du ihn? Mh... Mh... Also... Hier ist halt dieses recipe chicken... Brot... Wie findest du's? Nicht so? Okay, also Kahn... Würde ich mich nicht noch mal gucken. Kahn würde es nicht... Kahn ist aber auch eher so der McDonalds-Typ, glaube ich. Wenn... Nein, ich esse eigentlich gar keine Frage. Aber wenn... Wenn du jetzt die Wahl hast, wo gehst du am liebsten jetzt? Subway. Subway. Ja, Subway ist auch ganz gut. Ich find Burger King von McDonalds und Burger King eigentlich ganz gut so, ne? Mh... 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 Der Hamburger ist perfekt. Ähm... Das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ähm... Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Äh... Was sollen die Leute tun? Ähm... Abo dalassen, das Video teilen und liken. Genau. Also Leute. Macht das, was Kahn macht. Und ähm... Ciao! Biuu!